Hallo Leute, in diesem Video geht es um die Geschichte von Einbrechern, welche einen geliebten Welpen stahlen und dann ein großes Geheimnis erfuhren. Wenn du mehr unterhaltsame Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Los geht's! Ein Einbruch geht meistens unter die Haut. Der Gedanke, dass fremde Menschen in den eigenen vier Wänden ihr Unwesen trieben und wertvolle Gegenstände mitgenommen haben, hinterlässt bei den meisten ein mulmiges Gefühl. Doch während die meisten Gegenstände ersetzt werden können und der materielle Schaden schnell behoben werden kann, gibt es manche Dinge, für die es keinen Ersatz gibt. Und genau so einen Verlust hat die Familie Hood aus Australien erlebt. Nur eine Woche nachdem Ryan Hood und seine Familie den acht Wochen alten Labrador-Welpen Sascha bei sich aufgenommen hatten, ereilte sie das Unglück. Während sie bei einem Arzttermin waren, brachen die Einbrecher in ihr Haus ein und nahmen unzählige Wertgegenstände mit. Als Ryan wieder mit seiner Familie nach Haus kam, war der Schock groß. Die Familie merkte sofort, dass mehr als nur Sachgegenstände geklaut wurden. Ihr neues Familienmitglied Sascha fehlte ebenfalls. Ein Verlust, der die Familie tief traf. Besonders Wines vierjährige Tochter Maya war unglaublich traurig. Denn seitdem der Welp ins Haus der Familie kam, waren die beiden unzertrennlich. Fast jede Nacht schlief der Welp in Mayas Bett. Für Maya war Sascha nicht nur ein Haustier, sondern ein bester Freund. Eine Art Bruder, den sie nicht hatte. Maya konnte einfach nicht verstehen, wie Sascha plötzlich weg sein konnte. Doch es gab einen Hoffnungsschimmer. Die Familie hatte den Welp mit einem Mikrochip ausgestattet. Damit kann man den Hund leider nicht per GPS finden, aber mit Hilfe eines Mikrochip-Scanners kann festgestellt werden, wer der wahre Besitzer ist. Die Familie Hood startete eine riesige Suchaktion. Mit Flakaten und Aufrufen auf den sozialen Netzwerken. Schon bald veröffentlichten auch lokale Zeitungen Suchanzeigen. Und selbst die Polizei suchte öffentlich nach den kleinen Welpen. Die Familie warnte die Einbrecher. Sie werden es sehr schwer haben, den Welpen zu verkaufen. Denn die neuen Besitzer würden den Chip entdecken. Sie forderten die Einbrecher auf, Sascha zurückzugeben. Es verging mehrere Tage, doch der Hund kam nicht zurück. Die Familie war verzweifelt und hatte alle Hoffnungen aufgegeben. Doch eines Morgens, als die Mutter der Familie sich gerade einen Kaffee machte, sah sie etwas in Richtung Hauseingang tapsen. Es war tatsächlich ihr geliebter Welpe Sascha. Er wurde wahrscheinlich über den Zaun geworfen. Die Freude der Familie war riesengroß. Besonders die vierjährige Maya konnte ihr Glück kaum fassen. Wie sieht's bei dir aus? Hast du einen Hund? Und falls ja, hast du ihn mit einem Mikrochip ausgestattet? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr unterhaltsame Videos sehen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video.